Hallo zusammen, ich bin der Tobias und ich bin die Anna. Wir zwei sind im Moment in Slowenien bzw. Italien auf dem Juliana Trail unterwegs. Der Juliana Trail ist ein Weitwanderweg in Form eines Rundweges von insgesamt 270 Kilometern und 16 Etappen. Plus vier extra Etappen gibt es noch mal. Die haben wir jetzt erst mal ausgeblendet. Auf dem Juliana Trail wollen wir euch natürlich mitnehmen. Das heißt die nächsten Wochen bekommt ihr ganz ganz viele Videos davon. Ganz viele Videos aus den Julischen Alpen und dem Triklaff Nationalpark. Genau, haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir packen das immer so zwei Etappenweise in ein Video zusammen. Sprich bei 16 Etappen gibt es dann für euch acht Videos zum Juliana Trail und nochmal am Schluss und Gesamtfazit. Damit ihr jetzt auch schon mal einen ersten Eindruck bekommt, wie es denn hier auf dem Juliana Trail so ist, haben wir für euch auch einen kleinen Trailer mit dabei. Ja und dann schaut euch einfach mal an und dann viel Spaß mit uns auf dem Juliana Trail. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.